Okay, machen wir mal einen Anwechsel. Machen wir das gute Wechselloch. Und dann modieren wir mal noch die Diagonale. Das macht die Schuhe. Dann legen wir den Wechsel zu weit. Sehr gut, folgig. Was jetzt auch, der legt mal meine Färze. Er wechselt mit dem Färze unter eigenem Gleichgewicht. Jetzt muss man auch das andere machen. Und dann legen wir den Wechsel und die drüben zu viel Eintrag einfach natürlich umstellen. Das ist mal rechterloch. Das ist mal rechterloch. Das ist klar. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020